Als Beispiel wollen wir uns nun die Erstellung eines Stop-Motion-Films im Unterricht näher ansehen. Stop-Motion ist eine Filmtechnik, bei der aus vielen einzelnen Bildern eine Art Trickfilm entsteht. Bekannte Videos enthalten zum Beispiel Lego-Figuren als Darsteller oder gezeichnete Figuren und Requisiten, die langsam bewegt und immer wieder fotografiert werden. Bevor der Dreh eines solchen Videos gestartet wird, überlegen wir uns, was in der Geschichte passieren soll und welche Figuren mitspielen werden. Wir planen, wir modellieren also, bevor wir drehen. Nun, warum ist es denn wichtig zu modellieren? Wer ein Haus bauen möchte, plant zuerst sein Haus und lässt einen Architekten einen genauen Plan erstellen. Wer ein Spiel programmieren möchte, überlegt sich zuerst eine Geschichte, um die es in dem Spiel geht. Welche Figuren, welche Fähigkeiten haben sollten, wie sie gesteuert werden können und was eigentlich das Ziel des Spiels ist. Die Kinder lernen zuerst die Diagrammarten Gegenstand-Beziehung-Diagramm und Aktivitätsdiagramm kennen. In einem Märchen könnte ein Ritter, eine Prinzessin, ein Schatz und ein Drache vorkommen. Diese Figuren werden in Rechtecke geschrieben und stellen die Gegenstandstypen im Fachjargon Entitäten in dem Gegenstand-Beziehung-Diagramm dar. Die Beziehung zwischen zwei Gegenstandstypen wird in einer Raute mit Hilfe von Verben beschrieben. Die Beziehung zwischen der Prinzessin und dem Schatz könnte dann das Verb gehört sein. Also mit den beiden Gegenstandstypen zusammen gelesen, der Prinzessin gehört ein Schatz. Der Ritter kennt die Prinzessin und der Drache bewacht den Schatz. Jede dieser Figuren hat noch bestimmte Eigenschaften. Die Kinder können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie wählen lustige Namen für die Figuren, starten ihre Figuren mit besonderen Fähigkeiten oder besonderem Aussehen aus. Diese Eigenschaften werden in elliptische Formen geschrieben. Eine Eigenschaft der Prinzessin ist ihre Haarfarbe. In der Form steht also das Wort Haarfarbe. Die Prinzessin hat auch einen Namen. Der Schatz hat einen bestimmten Wert. Der Drache ist durch eine Schuppenfarbe gekennzeichnet und kann sich verteidigen, indem er etwa Feuer speit oder seine scharfen Zähne einsetzt. Auch dem Ritter werden bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Das Gegenstand-Beziehung-Modell wird also für die Darstellung von Beziehung zwischen Gegenstandstypen oder Objekten verwendet. In einem Aktivitätsdiagramm werden Abläufe beschrieben. Sie geben eine Reihe von Aktivitäten an, die von einem Anfang ein schwarzer Punkt zu einem Ende einem schwarzen Punkt mit Kreis darum führen. Hier im Beispiel wird der Ablauf vom Rezept Aussuchen bis zum Essen beschrieben. Jede einzelne Szene wird in einer rechteckigen Form beschrieben. Zuerst sucht man ein Rezept für ein leckeres Essen aus. In der nächsten Szene werden die Zutaten eingekauft. Danach wird das Essen gekocht und der Tisch gedeckt. In der letzten Szene wird das gekochte Gericht gegessen. Wie könnte das Märchen mit der Prinzessin beginnen? Die Prinzessin geht im Wald spazieren. In der nächsten Szene könnte das Zusammentreffen mit dem Ritter beschrieben werden. Und so weiter. In einem Arbeitsblatt beschäftigen sich dann die Kinder mit diesen beiden Diagrammarten. Sie kennzeichnen die drei verschiedenen Formen bzw. ihre Funktion im Ritter-Prinzessin-Schatzdiagramm, einem Gegenstand-Beziehung-Modell. Also alle Gegenstände mit G, alle Beziehungen mit B und alle Eigenschaften mit E. Anschließend sollen sie das Diagramm um weitere Figuren, deren Beziehung und Eigenschaften erweitern. Oft kommt der König oder die Königin noch vor, die ihre Tochter, die Prinzessin, lieben. In einem Aktivitätsdiagramm soll dann beschrieben werden, wie das Märchen von der Prinzessin ablaufen könnte. Sie sollen dazu die abgebildeten Aktivitäten in die richtige Reihenfolge bringen. Für ein Stop-Motion-Video überlegen die Mitglieder eines Teams, welche Geschichte sie erzählen wollen. Sie beantworten der Reihe nach die Fragen. Welche Figuren, Personen, Tiere, Gegenstände oder Fahrzeuge spielen in ihrer Geschichte mit? Die Bezeichnungen der Figuren werden auf Zetteln mit den rechteckigen Formen geschrieben und einmal auf das Plakat gelegt. Bei diesem Team gibt es einen Vater, einen Jungen, die Mutter, einen Teddybären, einen Alien und ein Raumschiff. In der anderen Gruppe geht es um einen Banküberfall mit Räubern, einer Bank und einem Bankangestellten, Opfern, einem Polizisten und einer Bombe. Die zweite Frage lautet, welche Beziehung besteht zwischen den Figuren? Werben kennzeichnen diese Beziehung und werden auf Zettel mit einer aufgemalten Raute geschrieben. Der Junge verliert seinen Daddy. Ein Alien findet den Daddy und gibt ihm den Jungen zurück. Die Mutter sorgt sich um den Jungen. Welche Eigenschaften haben die Figuren? Meist schreiben die Kinder schon Eigenschaften der Figuren auf die dafür vorgesehenen Kärtchen mit aufgemalter Ellipse. Es sollten dabei aber nicht nur die Eigenschaften wie Susanne verwendet werden, sondern auch die Beschreibung der Eigenschaft. Zum Beispiel Name Susanne oder Farbe Blau. Nachdem die einzelnen Kärtchen auf einem großen Bogen Papier verteilt und an passenden Stellen angeordnet sind, wird das ganze Diagramm aufgeklebt und die Figurenzettel mit den entsprechenden Beziehungs- und Eigenschaftszetteln durch Linien und Pfeile verbunden. Am oberen Rand des Plakats mit dem Gegenstand Beziehung Modell sollte der Titel des Videos stehen. Das Drehbuch des Videos wird in Form eines Aktivitätsdiagramms erstellt. Die Teammitglieder beschreiben auf kleinen Zetteln die Szenen ihres Videos und bringen sie in die richtige Reihenfolge. Die einzelnen Szenen werden auf einen großen Bogen Papier geklebt und mit Linien verbunden, sodass klar ist, welche Szene nach welcher kommt. Die Geschichte des verlorenen Teddys beginnt mit der Szene. Tim verliert seinen Teddy und sucht ihn. Die nächsten Szenen. Die Mutter sorgt sich um den Jungen. Das Alien fliegt mit dem Raumschiff zur Erde. Der Vater sucht den Jungen. Das Alien findet den Teddy. Das Alien gibt dem Jungen den Teddy zurück. Und am Ende findet der Vater den Jungen und alle sind glücklich. Jetzt geht es an die Vorbereitung der Utensilien, die für das Video gebraucht werden. Es werden die Figuren aus Lego gebaut oder gezeichnet. Im Internet kann nach Bildern gesucht werden, die für das Bühnenbild, aber auch für Utensilien oder Figuren ausgedruckt werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass Bilder und Fotos verwendet werden, die frei zu nutzen sind. Jetzt wird noch eine Bühne gebraucht, auf der die Geschichte spielt und auf der alle Utensilien und Figuren gesammelt werden. Das kann ein Tisch sein, der an die Wand geschoben ist oder ein Platz am Boden. Das Tablet oder das Smartphone muss an einer bestimmten Stelle so aufgestellt werden oder fixiert sein, damit die Bilder nicht verwackelt werden. Es gibt viele Apps, mit denen Stop-Motion Videos gedreht werden können. In der Informatikwerkstatt hat sich die App Stop-Motion Studio bewährt. Diese App gibt es für Android und auch für iOS-Geräte. Die Figuren werden nun in sehr kleinen Schritten bewegt. Bevor die Figuren weiter bewegt werden, wird ein Foto gemacht. Je mehr Fotos gemacht werden, desto flüssiger wirken die Bewegungen und desto besser ist die Handlung der Geschichte erkennbar. Die Figuren stichtbar sind heute mit der Geschichte aus der Geschichte gesammelt. Die Figuren werden dann über das Bild aus der Geschichte ver acuerdo. Das Disc compensativen wird geprägt.